Wir haben die Gäste, die Luxor einmal gesehen haben. Also lieber Gäste, meist sehen wir rechts und links die unvollendeten Häuser. Warum sehen wir die Häuser immer so? Meistens sehen wir ein Haus so wie die Häuser, die man hier sehen kann. Das bedeutet, das ist ein Familienhaus. Und weil ihr Kind als ein Dorf oder die Umgebung, die Keirung, die Familie lebt, die Familie in der Leben zusammen. Das bedeutet, falls die Familie oder Eltern haben eine Tochter, einen Sohn oder zwei Fästern und einen Sohn. Und die Tochter und die Sohne sind doch gleich, sind doch jung, doch nicht verheiratet. Das bedeutet, dass wir das Haus um ein Stück finden oder zehn. Und mit der Zeit, wenn die Tochter heiraten wird oder der Sohn heiraten wird, können wir das weiter bauen. Das ist nicht nur hier in den Umgebungen, in den Umgebungen, in den Umgebungen, sondern auch hier. Wenn man auf der Green Street sieht, dann wird das größte Aspiele die Einrichtung, aus dem Umgebung, in den Umgebungen, in den Umgebungen, in den Umgebungen, in den Umgebungen, in den Umgebungen und in den Umgebungen, in den Umgebungen oder in den Umgebungen. die 100% von der Eibola-Zahl, die hier neben sind, geladen sind. Nur das dann anbauen. Nun kann man das ganz klar sehen. Ayo, Ale! Ayo, Ale! Hallah, 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 Hallah! Hallah, Hallah, Hallah Hallah, Hallah, Hallah Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020